Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, heute spielen wir SkyWars. Ja, ich habe mir endlich eine Map gedownloadet und heute spielen wir zu viert, weil ich gerade nicht mehr reinkomme, keine Ahnung. Mit dem Appleboy, dem BestOne3456, ich hoffe, du bist zufrieden, und dem SS24021978. Wow, impressive. So, ich schmeiße das Brot mal weg und dann kriegen die anderen mal rechte. Ihr wisst hoffentlich alle, wie SkyWars funktioniert und dann geht's los. Ups, hab ich alles vergessen. Und, let it rip, würde ich sagen. Ja, plündern war mir die Truren. Ich hab'n die grad runtergeladen, ich find' die jetzt nicht so geil, weil hier eigentlich nur Scheiße drin ist in den Truren. Aber YOLO, wir spielen sie trotzdem mal. Mal testen, wie das so wird. Ne Leute. Und ich hoffe, es gefühlt ist wie hier. So, natürlich darf man uns gern was alles abbauen. Also bauen wir hier mal das Eisen ab, um uns impressive zu den anderen zu bauen. Wofür wir das Holz haben, aber... Pfff, ist nö. So, ich würd' mal sagen, ich hau' die Scheiße mal hier rein. Und dann... Machen wir uns Dicks. Und da drüben ist es auch, da baut sich einer rüber. Man kann ja natürlich auch die anderen Kisten plündern an der Inseln, die nicht besucht sind. Och, komm schon. Und ja, ihr kennt hoffentlich alles Geilwurst und wir bauen uns jetzt mal zu der Insel darüber. Und plündern hier mal alles. Den Diamanten brauchen wir, ich würd' sagen, nicht. Holz nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die Kohle brauchen wir nicht. Und noch das Essen. Und ab geht's wieder zurück. Ich würd' sagen, wir nehmen doch kurzes Eisen mit. So, und jetzt weg. Schnau... Schau' ich den Schwung? Ja, schau' ich. Easy gedreckt. Easy! So. Hoch. Ähm... Hier rein. Gib mir... ...das. Gib mir das. Und gib mir... ...das. Wow. Wow, Leute, ich bin schon voll gut ekwippt. Fuck, und der Typ war schon in the middle. So ein Pisser, der baut jetzt die ganzen Dias ab und er ist wahrscheinlich der Beste und ich fiel das alle. Sorry, dass ich dieses Wort erwähnt habe. Wow, jetzt haben wir einen Hosen. Impressive. Warte, brauche ich noch fünf. Okay, es reicht. Gut zu wissen. Ich ordne mich mal. Ich hab blöd, ich hätte mir einen Bogen machen können, aber ich hab natürlich keine Pfeile. Wow, und wär's da runtergefallen. So, ich würd sagen, der Erste ist schon mal raus. Gegen ihn ausrichten, denk ich. Außer ich mach das mit Taktik. Puh. Ups. Was ich wahrscheinlich nicht hinbekommen werde, aber egal. So, jetzt sind wir full... Fullierung, fullierung. Ich weiß nicht, ob er uns runterkicken wird. Naja, brille ich mir das aus. Ey. Wie doof kann ein Mensch eigentlich sein? Fuck. Best one ist tot. Best one ist tot. Nein, kann ich nur noch auf ihn warten. Idiot. Scheiße. Ich sag. Ey, du musst kommen, ne? Wenn... Ich komme, dann knallt mich ja sofort ab. Ich hab aber gar keine Chance. Ich hab aber keine Chance. Ich hab aber keinen Bogen. Wow. Wenn du mich nicht abknallst, baue ich mich zu deiner Insel. Ne, wir können noch einen fairen Fight machen. Ich bau mich erst rüber und dann battleen wir uns. Bieter, bieter. Dann lass mich wirklich mich rüber bauen. Okay. Ich bin drüben. Das war mal nett und wieder aus. Tschüss. Ich hoffe. Und wenn wir mit dir gemacht, der hat den Bogen weggeschlüsselt und wir machen einen ehrlichen Fall. Wow. Warte, ich bringe noch kurz mal raus. Bring dich mit raus. Oh, da ist das so. Oh Gott, er hat einen Trank. Er hat eh viel bessere Chancen. Es ist einfach voll dir. Na ja, keine Chance. Na ja, Leute, ich hoffe, trotzdem ist mir das gefallen. Okay, na ja, sehr langweilig, aber trotzdem, ich hab das gefallen. Und ja, ich hab das gefallen. Tschüss.